Das ist leicht zu erkennen ein ICE, der Alexander von Humboldt, der fuhr heute Morgen um 9.41 Uhr in Richtung Stuttgart ab Zoologischer Garten Berlin, war um Punkt 15.08 Uhr in Stuttgart, um 16.02 Uhr ging es weiter, 22.46 Uhr wären Sie in Milano-Zentrale gewesen. Nun fragen Sie sich sicherlich, was will er damit? Was soll ich in Milano-Zentrale? Sitzt so gemütlich zu Hause und guckt in den Showpalast. Ich wollte Ihnen nur sagen, wenn Sie dort hingefahren wären, wären, dann hätten Sie einen Leihwagen nehmen können und wären nach Sassuola gefahren. Dort hätten Sie vielleicht Filippo Nexiani angetroffen, aber heute bestimmt nicht, denn der ist bei uns. Zurzeit der erfolgreichste Sänger in Italien unter seinem Nickname oder seinem Neckname, seinem Künstlernamen Neck mit dem Titel La Vita E. Hier ist Nick! Applaus Applaus La Vita E. La Vita E. Avere Te. Pensarti e saperti mia, temevo di sbagliare io, e invece sei il mondo mio. E capisco, perché se ti vedo esisto, non c'è gusto senza te. La Vita E. La Vita E. Sapere che, dovunque sei, dovunque fai, se hai dei perché o sei nei guai, mi chiedi aiuto se non ce la fai. E capisco, di amarti non me l'hai chiesto, ma il mio posto è con te. È chiaro adesso, ora riesco ad essere me stesso, nella vita tu sei il mio successo, io che con l'amore non ci avevo preso mai, davvero mai. La Vita E. 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 Und wenn es der Resto ist, ist, weil ich sicher bin, dass mit dir die Vita ist, die Vita ist, die Vita ist.